Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich möchte Ihnen heute die 1 Unsen Goldmünze vom Luna 2 Hahn vorstellen aus dem Jahrgang 2017. So meine Damen und Herren, hier sehen wir dann die 1 Unsen Goldmünze, 1 Unsen Luna 2 Goldmünze aus dem Jahr 2017 und zwar Year of the Rooster. Sie sehen hier den Hahn im Vordergrund und es ist so, dass diese Münze speziell aus Australien von der Perth Mint geprägt wird, jedes Jahr seit dem Jahrgang 2008. Das Besondere an dieser Münze ist, dass diese Münze nach dem chinesischen Tierkreiskalender produziert wird, was bedeutet, dass jedes Jahr das Tier aus dem Kalender entsprechend aufgeprägt wird. Im Jahr 2016 hatten wir beispielsweise als Vorgängerausgabe den Affen, 2015 die Ziege, das Pferd, die Schlange, den Drachen, den Hasen, den Tiger, den Ochsen und 2008 die Maus, was auch das Erstausgabejahr dieser Münze war. Also so die Münze, die Sie hier im Vordergrund sehen, hat einen Durchmesser samt Kapsel, wie sie dann auch geliefert wird von uns und auch schon vom Hersteller an uns, von etwas mehr als 43 Millimetern. Wir schauen uns dann gleich den Durchmesser nochmal an ohne Kapsel. Erstmal wollen wir uns die Rückseite noch im Detail ansehen und zwar sehen Sie hier die Queen. Es ist so, dass die Queen das neue Motiv trägt. Das Motiv wurde jetzt schon mehrfach geändert, wenn es mich nicht täuscht, sogar schon das dritte Mal. Aber die Dame lebt eben länger und länger. Und hier auf dem Vordergrund sehen Sie 100 Dollar als Nennwert aufgeprägt. Die Münze hat hier unten, das ist gut zu lesen, 999, beziehungsweise 9999, also sie hat eine 4,9er Feinheit. Und ja, als Prägeland eben Australien. Die Perfmint ist bekannt für ihre gute Prägequalität. Und deswegen nehmen wir die Münze jetzt mal aus der Kapsel, schauen uns nochmal den einzelnen Münzdurchmesser an. Und dann auch nochmal die Details. So, die Münze hat einen Durchmesser von, je nachdem wie man es ansetzt, knapp 39 Millimetern. Ich hoffe, man kann es hier etwas erkennen. Genau, knapp 39 Millimetern. Es ist so, dass die Münze eine Dicke hat von 2,5 Millimeter. Sie hat einen wunderschönen Glanz, wenn wir die hier etwas bewegen. Ist auf der Oberfläche, im Hintergrund, wie Sie sehen können, mattiert. Und der Vordergrund ist eben schön glänzend. Da es sich hier um eine ganz klassische Anlagemünze handelt, auch wenn die Münze wirklich prägefrischt vom Hersteller kommt, können wir hier oben vielleicht gut erkennen, dass hier oben ganz leichte Prägerückstände sind. Das ist eben bei den klassischen Anlagemünzen so. Wenn Sie wirklich absolut hochwertigste Münzen haben, möchten, die filigran, unberührt sind und in wirklich noch einer Prägestufe drüber, gäbe es diese Münze bei uns auch als sogenannte Proofmünze, als polierte Platte. Des Weiteren sollte man wissen, dass es die Münzen in verschiedenen Größen gibt. Wir haben ein anderes Video gemacht, das werden wir hier verlinken. Und zwar ist das Video über die gesamte Serie. Von der 20. Unze hoch, über die 10. Unze, zur 4. Unze, zur 1. Unze, zur 1. Unze, 2. Unze, dann die 10. Unze und dann die Kilo-Münze. In so vielen Stücken gibt es diese Münze. Und ja, die Luna-Münzen sind deswegen eigentlich so beliebt, weil sie über die Jahre schöne Wertsteigerungen haben. Und man beobachten kann, dass speziell die Maus aus dem Erstausgabejahr zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr, oder wenn dann nur zu extrem hohen Aufpreisen erhältlich ist. Das heißt, die Münze wird zwar momentan bei uns im Shop angeboten, aber liegt schon ungefähr 300 Euro über dem Preis des aktuellen Luna-Hahns. Die Verpackung, wie sie die Münzen in größeren Mengen bekommen, werden wir uns jetzt genauer ansehen. So, und jetzt sehen wir hier die 20er-Münzrolle, von der oftmals gesprochen wird. Sie sehen hier am Rand, dass die Münzrolle eingeschweißt ist. Also es ist im Prinzip nur eine Plastikfolie drumherum. Allerdings sind die Hähne, die einunzen, die hier in der Kapsel geliefert werden, dann quasi inliegend. Und zwar von der Menge her haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20 Münzen in der Münztube, in der Münzrolle. Und wenn Sie diese Münzrollen dann in hunderter Mengen bestellen sollten, für die größeren Anleger, kann man die auch entsprechend in eine schöne Plastikverpackung geben, die uns der Hersteller direkt mitliefert. Die haben wir hier leider nicht exemplarisch, die liefern wir aber selbstverständlich mit, sodass die Münzen dann nochmal einen kleinen Tick besser geschützt sind. Wenn Sie da weitere Fragen haben, dürfen Sie uns gerne jederzeit anrufen. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende gesehen haben. Wir freuen uns über einen Daumen hoch, liken Sie gerne unseren YouTube-Kanal oder abonnieren Sie ihn auch. Wenn Sie Fragen an mich, Dominik Kettner, oder meinen Vater Jürgen Kettner haben, dürfen Sie uns gerne jederzeit unter der 07930 2699 anrufen. Bis zum nächsten Video.